Guck mal Kippe, bitte. Was eigentlich passiert gestern Abend? Hey, hör auf, Alter. Jetzt noch richtig Fraggle-Alarm wieder. Digga, was geht bei neuen Parts? Ich hab neue Parts. Wir sind am Schreiben, Digga. Wir sind am Schreiben. Ist da los? Neues Album. Album ready? Ja, man macht so seine Dinge, man schreibt, Alter. Gib mal einen. Guck mal. Guck mal. Ich kann euch einen geben, aber wir werden dich ficken. Ah. KC Rebel nannte mich ein Hurensohn, er sei dafür verdammt. Als ich ihn traf, hab ich nichts gesagt, ich gab ihm die Hand. Fuck, Falk, Schacht, ich bin eher ein schüchterner Typ. Doch niemand, der dich belügt, das hier ist Mad Rapper. Kollegah kam zu meiner Show und ich hab ihn nicht gefickt. Denn ich sag dir, wie es ist, ich hab vor der Gruppe Schiss. Vergiss alles, was du wusstest. Deutschrapper sind Pussys, ich bin ein deutscher Rapper. Mach dich drüber lustig. Glaube niemals diesen Menschen, was sie reden. Sie lügen selbst mit Messer an der Kehle. Motrip meint, er wolle Feature machen und er rappen nicht mit jedem. Anderthalb Jahre später Feature mit der halben Szene. Was hab ich große Fresse, frag ihn nach unserem Battle. Ich hab mich blamiert, er weiß wovon ich spreche. Das hier ist das echte, kein Kino, keine Action. Keine Filme fürs Video faken. Das hier ist für Nico von der Backspin und Visavi von 16. Bas, wenn ihr demnächst fragt, wieso ich so mad bin. Rapper lehnten ab in der Zeit, als ich nicht cool war. Letztes Mal auf Tour begrüßen sie mich, hey Bruder. Doch egal was du denkst, glaub's, annimmst du dann Mut mal. Du weißt nicht womit du es zu tun hast. Mad Rapper. Mr. Bad Rapper only fuck all y'all, Mr. Bad Rapper only fuck all y'all, Mr. Bad Rapper only fuck all y'all. Mr. Bad Rapper only fuck all y'all, Mr. Bad Rapper only fuck all y'all, Mr. Bad Rapper only fuck all y'all, Mr. Bad Rapper. Fick, jeden der so ist wie sie, ich bin auch einer von ihnen. Untergrund Mad Rapper, ich spiele dasselbe Spiel, verfolge das gleiche Ziel. An die Spitze bis nach oben, fütter die Maschinerie, Schöpfer dieser Illusion. Sie spielen mit meinen Karten, MCs, die können Blasen, sie würden's nie sagen. Genieren sich für Taten, vertuschen ihre Makel, releases nehmen Schaden. Würden diese Hörer einen Einblick in die Politik haben? Hack mich in ihren verfickten Kopf, kopiere die Daten. Streu den Virus und halt ihn ein Spiegel vor die Visage. Mad Rapper Strategie, zerschieß ihre Artillerie. Krieg in meinem Atelier, Beat sie kling nach SP. Zwölf, ich bin zwölf Jahre zu lang schon nur Protégé. Sprech mit dem Komitee, kämpf für die neuen Ideen. Das ist die Choreografie einer Rap-Koryphée. Die Psychose und Depression einer Rap-Odyssee. Schwache Egos kollidieren, starke Egos modellieren. Neue Kunst, lass mich diese Leute weiter provozieren. Keine Angst zu verlieren, keine Angst mich zu blamieren. Nimm das Dunkelste aus meinem Herz und bring es zu Papier. Egal was du denkst, glaubst an ihm, so dass du Mut machst. Du weißt nicht womit du es zu tun hast. Mad Rapper. Rapper nur vor meinem Leben, was du hörst ist alles echt. Sie würden's nie preisgeben um alles in der Welt. Warum erzähl ich, dass ich mich blamiere im Battle mit Mode Trip? Weil ich ein Mad Rapper bin, niemand weiß wie es mich trifft. Savas stand am Leben und sein Homie hat gefilmt. Ich war betrunken und nicht on point, größter Aussetzer für mich. Ich hab nächtelang gehofft, dass es die Aufnahmen nicht mehr gibt. Kommen sie jemals raus, wisst ihr es? Ich geb darauf einen Fick. Auch Felix hat gefilmt, jeder Fan hat es gesehen. Ich war einer gegen 10 und dennoch hätt ich ihn zerlegen. Müssen das hier ist kein Witz, stell mich meiner größten Angst. Ein Rapper der Fehler eingesteht, übersteigt dein Verstand. Kommt dir jemand persönlich, beißt nicht in seine Hand. Sie meinen es nicht persönlich, es ist einfach Teil dieses Kampf. Ich zieh nicht meine Hand ein, es gibt kein Problem mit Casey. Genauso wie mit jedem anderen Rapper, der Hate schiebt. Rap Entertainment, unser Leben ist wie Paytee. Wir und wir lachen wie die kleinen Fotzen auf nem Selfie. Leute fragen, ob ich Stress oder ob ich Wut hab. Fragen, ist der Sound Trap oder ist es Boombap? Egal was du denkst, glaubst, annimmst oder Mut machst. Du weißt nicht womit du es zu tun hast. Mad Rapper eins 1 1 2 2 3 Bis zum nächsten Mal.